Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Portal 2, dem Let's Play Together hier auf diesem Kanal. Der Kevin ist auch wieder dabei. Hallöchen! Ja, und wir sind in Stage 4, Raum 1. Wir hatten jetzt eine etwas längere Aufnahme-Stopp-Session, sag ich mal. Also im Prinzip genau im Gegenteil, dass wir spielen. Also ein bisschen Pause halt. Und jetzt wieder mit der ersten Folge für uns sozusagen, aber für euch, glaube ich, die siebte oder sowas. Und wir sind, wie gesagt, Stage 4 und fangen gleich mal wieder weiter an, oder? Äh, ja, sobald meine Maus wieder funktioniert. Wie deine Maus wieder funktioniert. Entschuldigung, Zuschauer, aber irgendwie will gerade meine Maus nicht. Deine Maus nicht. Ich stippe sie mal kurz ab. Ran. Ah! Geht wieder, alles klar, Entwarnung. Okay, alles klar, entpackt alles. Unten rechts für die, die es noch nicht kennen, da könnt ihr den Blick von Kev sehen. Und meinen Blick einfach mitten auf dem Monitor. So, ähm, was haben wir denn hier jetzt? Wie heißt der Raum überhaupt hier in der vierten Stage? Transportschächte. Äh, okay. Das sind bestimmt die hier. Ich trau mich aber nicht reinzugehen. Ach, das sind doch die Dinger, wo man sich hier reinmachen kann, ne? Ja. Ah, und da so hoch schwebt. Okay, alles klar. Was haben wir hier? Wir müssen bestimmt da so lang. Ah, so. Dann mach ich da nochmal einen hin. Und dann müssen wir wahrscheinlich da oben, aber... Ja, jetzt bist du natürlich schon vorgeflogen. Ich hoffe, ich komm schnell genug hinterher. Ja, ich bleib ja hier einfach hängig. So. Ah. Äh. So, dann falle ich hier auf den Schalter. Ja, und dann wird da unten wahrscheinlich die Dingens aufgehen. Da in der Seite, genau. Bleibt die denn sauerhaft auf, auch wenn ich jetzt hier weggehe? Ich weiß es nicht. Ich gehe erstmal schnell runter. Uppala. So. Also, ich kann hier kein Portal machen und nichts. Ah, doch, 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 doch. Doch, kann ich. Okay. Entschuldigung. Ich frage mich nur, wie ich das dann machen muss, weil ich muss dir doch... Das ist ja schön und gut. Aber wie kriege ich dich jetzt rüber? Weil ich müsste jetzt... Ah, warte, warte, warte. Ja, nee, alles gut. Alles gut, alles gut. So, jetzt. Alles klar. Hui. Ich nehme mal die Abkürzung. Dann warten wir mal auf den Kev. Wenn ich ihm schon falsche Infos gebe. Ich hätte echt gedacht, das bleibt. Aber, na gut. Ich habe da hinten das Ding nicht gesehen. Ja, äh, tschüss. Ich habe mich ein bisschen informiert und herausgefunden, dass Orange und Verräter auf dieselbe lateinische Wurzel zurückgehen. Was? Orange und Verräter? Ich weiß nicht. So, das war ja schon mal einfach mit dem ersten Raum hier. Aber das ist ja eigentlich immer... Das ist ja eher immer so ein bisschen Tutorial, oder? Jo. Ich denke mal, dass man erst mal so... Ah, das ist neu. Das kann man machen. Ja. Ja, richtig. Oh. Huhu. Ähm, ich habe es ja schon mal hier in einem der Folgen gesagt. Ich bin mir gar nicht sicher. Leider immer noch nichts bekommen an Kommentaren. Aber wenn ihr das vielleicht weitersehen wollt, das Let's Play Together, ich lasse jetzt sie erst mal reden. Doch wer sich den Test genauer ansieht, merkt sofort, wer hier der eigentliche Held ist. Ich natürlich. Ähm, es ging einfach darum, was ich nochmal sagen wollte. Wenn ihr vielleicht noch die Custom Maps sehen wollt, also die von Fans und so weiter, ähm, die eigengebauten Maps, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Und Kev und ich werden dann mal gucken, was für welche, oder vielleicht habt ihr auch Ideen, was für welche wir spielen sollen. Und, äh, dann werden wir die definitiv auch noch für euch aufnehmen. Und die könnt ihr euch dann mal nach dem LPT in der ganz normalen, oder in dem ganz normalen Story-Modus dann anschauen, ne? Jo, würde ich sagen. Genau. Weil das Spiel bringt einfach so Laune. Ja, definitiv, habe ich sofort gemacht. Dieses Mal denke ich dran. Jedenfalls hoffe ich, dass ich dran denke. So, der Raum ist auch ein bisschen größer jetzt. Und du bist kaputt gegangen. Du bist recht, Orange. Blue war blöd genug, in deine Falle zu tappen. So, Knöpfchen gedrückt. Knöpfchen ist gut. Knöpfchen, machst du da oben was auf? Geh nochmal runter. Ich will nochmal gucken, ob es auch wirklich so ist. Ja, genau. Dann machst du da was auf. Hier kann man auch noch durchgehen. Moment, ich gehe hier mal durch. Äh. Ah, okay. Hier könnte man hoch. Ich habe keine Ahnung, was es bringt, aber... Also, ich habe jetzt hier einfach mal die Portale gemacht, dass man hier oben irgendwie... Ja. Okay, da würde man durchkommen. Würdest du aber durchgehen, dann würden die Portale wieder verschwinden. Kriegt das was? Ach, jetzt könntest du da oben irgendwie was machen? Ja klar, aber wie kriegen wir das nach unten? Und da könnte man jetzt auch was machen. So vielleicht? Na, so könnte ich ja selber auch machen. Ach so, dass man da oben jetzt... Plupp. Aha. Aber sobald du jetzt da durchgehst, ist, äh... Ich hänge hier jetzt sowieso erstmal. Dann müsstest du das, glaube ich, machen. Wo bist du denn? Ach da. Das sieht gut aus. Warte, ich gehe mal durch. Äh. Hui. Ja. Hier ist auf jeden Fall ein Knopf und ein Bällchen. So wie ich das sehe. Jetzt musst du unten mal auf den Knopf gehen. Weil sonst komme ich hier nicht mehr raus. Oh. So. Da könntest du jetzt vielleicht den Ball durchschießen, oder? Kannst du da jetzt von deiner Position aus ein Portal machen? An sich könnte ich das machen, ja. Aber auf die Rückseite kannst du ja nicht machen. Richtig. Ähm. Aber ich kann... Warte mal. So machen. Geh mal bitte auf den Knopf da hinter dir. Oder... Ach so, da bist du schon drauf. Ich bin drauf. Ach, ich komme nur da oben durch. Ah, nee. Warte mal. Warte mal. Alles gut. Ach so. Und jetzt kannst du da... Da. Und auf der Rückseite. Und dann können wir, glaube ich, diesen Laser hier blockieren. Ich hoffe, das müssen wir auch machen. Gucken. Oh ja. Jawohl. Hier ist der Haken. Und dann kommen wir hier schon weiter. Ja, besser geht's doch gar nicht. Tschakka. Ähm, ja. Das hat zwar ein bisschen... Bisschen... Was jetzt? Hallo? Ich wollte gerade sagen... Jetzt habe ich gedacht, das Spiel hängt. Nee, also ich muss sagen, der Raum war schon ein bisschen tricky. Also ein bisschen schwerer. Musste man schon ein bisschen nachdenken. Also es wird... Mal gucken, was dann noch so kommt. Ja, es wird merklich schwerer. Liebe Freunde. Blue, Orange und ich sprachen eben über dein Verhalten in den letzten Tests. Tja, das stimmt. Blue werden 75 Kollaborationspunkte abgezogen. Hihihihi. Hm. Oh. Was? Was passiert hier? Muss das so sein? Weiß es nicht. Und ich habe Angst. Ach, hier unten. Der unter uns, der macht da irgendwie... Ja. Oh. Ach so. Ja, das ist ja nett. Logisch. So. Ich, weil ich es kann, mache mal den hier. Hui. Ach, geh mal auf den Schalter. Den habe ich eben erst irgendwie... Äh, ja, danke. Was passiert dann? Äh, da oben. So eine Sperre sozusagen. Da. Das heißt, wenn man so macht. Genau. Aber was bringt es? Aber... Richtig. Richtig. Muss man da was reinmachen? Ach, da oben ist Kugel. Wie kommt man da am besten hin? So. Aber wie kommst du jetzt da oben rauf? Ach so. Äh, ich habe eine Idee. Und zwar, ein Portal müsste von hier nach da oben gehen. Und dann kann man sich hier in den Strahl reinfallen lassen. Ah, ja. Stimmt. Wenn man springen könnte. Äh, nur die Frage, wie, warte, ich komme hier hoch? Du kannst dich ja... Kannst du, kannst du den Strahl zurückfahren? Das heißt, so im Prinzip? Nee, kommst du nicht gegen an. Ähm... Man könnte... Warte mal, das könnte doch hinhauen. Hat nur nicht mehr viel mit Koop dann zu tun. Naja. Stell dich mal auf den Schalter. Weil das muss ja, glaube ich, auf jeden Fall. Äh. Okay. Vielleicht klappt sowas ja. Warte. Ähm... Ich habe es gesehen. Ich weiß, was du brauchst. So. Ja. Jetzt muss ich nur erst mal... So. Genau. Du müsstest dann da einfach mein... mein blaues Portal da hinten wegmachen. Und dein gelbes da hin. Aber warte, dann müsste ich... Ja, ich bin soweit. Warte, ich kann ja mit Timer machen. Mach mal einen Timer besser, ja. Boah. 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 Alter. Da ist aber jemand sehr in die Länden, muss ich sagen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es wirklich so funktioniert. So. Was machen wir jetzt? Muss der Würfel da unten jetzt rein? Oder? Nee, ich denke mal, du musst den hier oben hinholen, damit der... äh... den... das Knöpfchen... Ach, damit wir dann beide da oben... Genau, damit wir beide dann hoch können. Okay. Genau. Dann kann ich ja nochmal... äh... so... so... Igitt. Was? Igitt? Igitt? Igitt... Ah, Moment. Oh, gerade so noch. Ich war gerade bei dir mit oben, weil ich mit rüberfliegen wollte. Ich konnte aber durch diese Sperre kein Portal machen. Ach so. Ja. So, und von dir aus kann ich... Ja, geht alles. Warte. Äh... So. Äh... Du müsstest jetzt das Rote... Genau. Was muss ich jetzt machen? Du musst dann da, wo mein Dunkelblaues ist... Ich hoffe, ich habe richtig gepinkt, musst du dann dein Rotes hinmachen. Okay. Du kannst ja einen Timer machen, dann... Aber da muss ich doch noch meinen Orangenes hinmachen, oder? Nee, nee. Das mache ich. Ach so. Okay. Äh... Achtung. Warte. Oh, Moment. Timer, Timer. So. Fast. Fast. Okay, fast. Ah, du musst mir... Du musst mir den Strahl machen hier. Nee, das machst du doch. Du machst da unten gelb und da oben rot. Oder andersrum. Ist ja egal. Da unten gelb und hier rot. Genau. Und dann machst du... Da machst du dein... Gelbes hin. Da rechts sozusagen. Also da, da... Das hüpfe links. Genau. Aber wenn ich da mein gelbes hin mache, dann ist der Strahl komplett weg. Ja, das macht ja nichts. Du sollst ja runterfallen. Ach ja. Okay. Moment. 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 Jetzt hat es geklappt. Ich habe eben mein rotes gemacht anstatt mein gelbes. Ja. Deswegen hat es nicht funktioniert. Bin ich mal wieder zu tief gewesen. Ja. So. Ähm. Dimm, 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 dimm. The Failure. Du hast nur für Faxen gemacht. The Failure. Achso, du hast dieses Kuh-Ding gemacht. Ja, genau. Und ich bin runtergefeiert. The Failure is on fire. The Failure is on fire. So, Moment. Und so. Jetzt wissen wir ja zum Glück, wie es geht. Uh. Jetzt. Nicht? Aha. In was für einem Pack sonst? Dreierpack oder? Ja. In einer Familienpackung. Ja. Sind dann fünf extra drin. Fünf extra sogar? Fünf, ja. Okay, krass. Hm. Hammer, Hammer. Raum vier schon. Ja, wir rushen ja hier wieder durch. Raum neun sind es aber diesmal nicht. Sonst hätten wir immer acht, ne? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ein mehr. Hier können wir wieder springen. Ich habe leider den Anfang verpasst. Ich erzählte gerade der Montageeinheit, dass ihr immer menschlicher werdet. Wir denken, es reicht. Wo bist du jetzt? Ich bin hier oben in dem Schacht. Achso, da, warte. Das ist was, was ich hier gerade mache, doch. Ich habe keine Ahnung. Wenn, ist es ziemlich einfach. Gibt es hier irgendwo Laser? Aber ich sehe gerade, hier muss ein Laser hin. Eventuell da. Was? Oh, da. Ach, da. Wo kommen wir denn da hin? Ach, am besten von da. So. Äh, ja. Ich komme erst mal wieder runter. Ja, kannst du dein Portal mal... Genau. So, so. Äh, ja. Ich komme hier zumindest irgendwo hin. Waaah. Alles gut. Dann kannst du da ein Knöpfchen drücken. Oh. Hast du was gesehen? Ja, der ist hier runtergefallen. So einen, äh, Q. Warte mal. Mach nochmal. Ach, hier oben. Jetzt habe ich das Ding gesehen. Jetzt haben wir ihn. Okay. Okay, der fliegt jetzt allerdings da gegen die Wand. Warte mal. Äh, was habe ich denn da? Ich habe ihn. Okay. So, und jetzt müssen wir da rüber. Ähm, du kannst die Portale machen so wie vorhin. Genau, noch ein bisschen tiefer. Ja, noch ein bisschen mittiger. Ich kann ja hier mal, ich weiß nicht, ob du das siehst. Ich bin tiefer und ein bisschen weiter nach links von dir aus gesehen. Ja, das sieht gut aus. Okay. Ich glaube, hier oben, jo. Jetzt musst du den eigentlich nur unten auf die Plattform schmeißen, bin ich der Meinung. Dann müsste der zu mir kommen. Oh, die Theorie. Aber ich muss da auch rüber. Ach so, aber nee. Ja, stimmt. Du musst den ja erst mal... Hier oben ist ja nur diese Lasergeschichte. Ja. Hier muss ich ja jetzt mal... Wie kommt man denn dann da rüber? Ja, das ist nämlich das Problem. Weil hier kann ich jetzt zwar Portale machen und so. Oh. Äh. Huch. So, in dem Dreh. Okay, da ist auf jeden Fall der Laser. Äh. Was ist, wenn du jetzt einfach mal vorher erst rüber gehst? Kannst du... Äh. Warte mal, bringt dir das hier was? Nee, ne? Doch. Ach so. Ja, genau. Ich kann ja jetzt hier unten... Einfach... rein. Genau, dann kommst du da direkt rüber. Kommst du da denn auch hin? Doch, du kommst auch auf die andere Seite, ne? Dann kannst du auch einfach reinhüpfen. Da über den Hüpfer. Ja, tatsächlich. Ach so, hier ist die Treppe hochgegangen. Das macht der Laser, okay. Gut, ich komm jetzt auch mal runter. Und dann schauen wir einfach mal, wie es aussieht. Ach so, die Tür ist offen, oder was? Äh, also ich bin jetzt hier bei der Tür. Das letzte, was hier gefehlt hat, war hier die Treppe, damit man hier zur Tür hochkommt. Ach so. Das hat der Laser gemacht. Ja, gefailt, aber trotzdem hingefällt. Yeah. Das ist nicht nötig. Genau. Wollt ihr mich damit ärgern? Die will ich nochmal machen. Soll ich auch nochmal? Warte. Mach mal. Welches ist denn das? Das rechts unten. Das hier? Boah. 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 Lauf, Forrest, lauf. Der wird auch, glaube ich, nie alt. Nee. Orange, wie gut kennst du Blue wirklich? Vertraust du Blue? Niemals! Nein! Da drüben ist also die Tür. Oh. Der Streit noch kompliziert. Oh, alles klar. Mit umgekehrt und... Boah. Also wir müssen den auf jeden Fall da wegnehmen. Da oben muss ein Würfel rein. Hier dürfen wir nicht runterspringen. Warum? Siehst du den Boden nicht? Nee. Warte mal. Okay, ich häng auf jeden Fall irgendwo drin. Hui, wo bist du? Ach da. Du hast einen Hui gemacht. Der hier. Okay, ich komm auf jeden Fall rüber und hol den Ding ins. Und dann kannst du gleich einfach auf den Knopf gehen und dann Reverse drücken und dann haben wir es schon. Okay. So, Moment. Einmal auf Reverse, bitte. Ich kann ja auch gleich, wenn du da oben hängst. Scheiße, wie kriegen ich das schnell hin? Nee, bleib doch. Oh, das ist eigentlich egal. So, so können wir auf jeden Fall auf Reverse machen. Der, der... Nee, warte mal. Hier sind auf jeden Fall Platten, die hochgehen. Die müssen wir, glaube ich, noch irgendwie aktivieren. Oh. Ich hatte die Hoffnung, dass der in den Strahl geht. Huch. Ach, da oben. Ja, hatte ich doch vorhin gesagt. Da oben rückt der in den Blub rein. Ja, warte. Ich gehe nochmal vorher oben rüber. Dann drückt gleich bitte nochmal Reverse. Oh, wir treiben nur das Let's Play in Länge. Genau. Headshot. Was? So. Ist es soweit. Sieht gut aus. Nur du? Ohne Q? Ah. Kriegen wir den Q da oben jetzt? Achso. Ja, ja, ja. Ich brauchte dich im Prinzip nur als Schwerballast. Blub. Jetzt habe ich gerade doppelt W gedrückt wie in Minecraft, um schneller zu rennen. Hat es funktioniert? Nee, leider nicht. Ich fragte Orange gerade, ob er dir vertraut. Ich vertraue dir. Du bist mein Lieblingstestsubjekt. Puh. Wie dreist. Einmal nett gewunken, sagst du, ja? Ja. So, welchen Raum haben wir? Sechs. Sechs, jawohl. Das ist mir an Orange noch gar nicht aufgefallen. Was ist... Orange, möchtest du etwas sagen? Was? Ich möchte was sagen, ja. Und zwar vielen Dank fürs Zuschauen in dieser Folge. Wir sind nämlich schon wieder am Ende. Oh. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, auch mit dem Kev wieder dabei und schaltet ein. Bis dann. Bis dennne.